Book 2 8 und 50 58 Aجزاء الجسم Körperteile Ersumurajulan Ich zeichne einen Mann. Ich zeichne einen Mann. Zuerst den Kopf. Der Mann trägt einen Hut. Die Haare sieht man nicht. Die Haare sieht man nicht. Aludhunan la yarahuma ahadun aydan. Die Ohren sieht man auch nicht. Die Ohren sieht man auch nicht. Al Zahru la yarahu ahadun aydan. Den Rücken sieht man auch nicht. Den Rücken sieht man auch nicht. Al sumu al aynayn wal fam. Ich zeichne die Augen und den Mund. Ich zeichne die Augen und den Mund. Al rejulu yal kussu wa yadhaq. Der Mann tanzt und lacht. Der Mann tanzt und lacht. Al rejulu la hu anfun tawil. Der Mann hat eine lange Nase. Der Mann hat eine lange Nase. Er trägt einen Stock in den Händen. Er trägt einen Stock in den Händen. Er trägt auch einen Schal um den Hals. Er trägt auch einen Schal um den Hals. Al fasslu shitaq wal jawu barit. Es ist Winter und es ist kalt. Es ist Winter und es ist kalt. Al viraani qawiyatan. Die Arme sind kräftig. Die Arme sind kräftig. Al saqani aydan qawiyatan. Die Beine sind auch kräftig. Die Beine sind auch kräftig. Al rejulu masonu min afalj. Der Mann ist aus Schnee. Der Mann ist aus Schnee. Huwa la yartadi bantalonan, bantalan, wala mi'atafan. Er trägt keine Hose und keinen Mantel. Er trägt keine Hose und keinen Mantel. Läkina rajula gairu bardan. Aber der Mann friert nicht. Aber der Mann friert nicht. Huwa rajulun min fälsch. Er ist ein Schneemann. Er ist ein Schneemann. Gerin. Das Problem ist ein Schneemann.